Mh... Ja... Wow! Okay, da wär ich tiefgefallen. Mh... Aiwanjaoom. Guck mal, da ist dieser... Schneebi oben. Wo wir die Höhle gefunden haben. Pferde? Und ein Villagerdorf. Ich sag doch, wir finden auch ein Villagerdorf. Haben wir einen Sattel bei? Nee. Ja, toll, jetzt geb ich dir noch meine Brote, ey. Hier, Knochen kannst du haben. Knochen kannst du haben. Mache ich meine Brote. Ja komm, wirf mich nicht die ganze Zeit ab. Sorry, jetzt mag mich das Pferd. Jetzt brauche ich nur noch einen Sattel. Ich hoffe, die da haben einen Sattel. Denn dann wird das Reißen auch kein Problem mehr darstellen. Ja, jetzt geht's hier gut. Wtf? Was war das für Geräusche? Die Typen machen jetzt Geräusche. Wtf? 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 Nee, okay. Nein! Nee, 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 nee. So was mache ich nicht. Ich kletche hier jetzt ein paar Kühe und sammle das Leder ein. So, der hatte kein Lieder für mich. Der auch nicht. Der hier. So. Schnell Steaks einsammeln. So, sechs Glieder. Acht Glieder müssen reichen. Okay. Dann lass mich mal kurz grübeln, wie man nochmal einen Sattel baut. Wie braucht man nochmal einen Sattel? Ich kugel mal kurz danach. Ja. Steht hier nichts. Okay. Gutes Küchelchen. Äh. Hä? Hä? Okay, nochmal. Ganz kurz. Boah, diese Geräusche, ne? Von den komischen Villageern, die gehen mir ja schon auf den Sack. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Hm. Wtf? Ja, gut. Hm. Ich kann es leider nicht so machen, wie es mir da angezeigt wird. Deswegen tut mir das jetzt leid, aber ich werde mir einen erschienen. Aber dieses Material, was ich dafür brauche, werde ich wegschmeißen. Das waren vier Leder und drei Eisen. Obwohl hier, Leder kannst du komplett wegschmeißen. So. Zack. Hm. Was denn? So. Ah, das Schwert kann nicht schwimmen, oder was? Naja, es hat mich abgeworfen, okay. Wow, das wagt hier ordentlich rum. Au, au. Das läuft noch nicht so gut. Hab ich das Gefühl. Naja. Ja. Guck. Ja. Ja.